Hallo! Heute sind wir auch wieder zurück, mit Ambuli-Holz, weil ihr voll nicht alles stimmt. So, ja, äh, ne? Voll die Cliffhanger-Episode letztes Mal. Was wird rauskommen bei dem Kampf und ich kann's euch sagen, die sind alle gestorben. Die Gegner, nicht wir. Ha! Ah! Ah! Freude! Ach ja, die wollen natürlich immer noch ihre ganzen schönen Bedürfnisse befriedigt haben, die wir uns natürlich immer noch nicht leisten können, weil wir einfach arm sind. So geht das hier schon die ganze Zeit, wir haben kein Geld. Yeah, yeah! Ach, Mann. Ah, auf jeden Fall, letztes Mal hat unser schöner Gilos Liebe gefunden in der Malschie. Niedlich. Und alle anderen sind immer noch viele, weil die voll introvertiert sind und voll so schilly-awkward und deswegen niemals Liebe finden werden. Aber hey, man kann auch die Befriedigung kriegen auf dem Schlachtfeld. So wie die zwei gerade und dann würde ich mal meinen, ne, dass die sich noch ein bisschen hochheilen und so. Und dann würde ich gerne mal eine Quest versuchen. Die voll hier viel schwieriger ist als die andere, wo wir schon die ganze Zeit gestorben sind. Aber das überleben wir nicht. Naja, versuchen wir nochmal die andere Quest, weil wir ja ne Fuck auf den Guides und so ein Scheiß hier. Whatever. Hoffentlich wird's besser jetzt. Ich glaub nicht dran, aber ne, Zufälle und Wunde geschehen hier auch noch. Und warum sollten wir dieses Mal nicht eigentlich mal Glück haben? Hey, die erste Eingriffsfälle, die war doch gar nicht so schlimm. Nehme ich an, weil die leben noch alle. Zwar schwer verwundet, aber hey, besser als nix. Dann gib ich mal raus und du und ihr kommt da auch nochmal mit an das Schiff. Oder macht doch mal schön ihr Lepper sauber. Oh Gott, wir haben es weiterhin überlebt. Das ist schön. Hm. So, vielleicht. Scholten wir hier mal, ne? Hier, äh, pff. Tu mal nehmen! Tu mal schneller nehmen! Verdammt, das Teil ist weg. Scheißtreib, die sterben! Oh, das kann gefährlich werden und enden. Oh, nein! Oh, nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaub's nicht. Ich hab's wirklich mal geschafft, dass ich die Scheiß-Ges-Ges-Geschaft habe. Das hätte ich niemals ohne, ohne meine Familie. Ohne Gott! Befriedigung! Jetzt kann ich denen wunderschöne Dinge kaufen. Du willst... Das ist teuer! Was soll der Geiz? Wir haben's jetzt! Kann ich wenigstens schön hier abkassieren. Oh ja, das gefällt mir. Du möchtest einen... Kühlschrank. Den kriegst du. Zahl mehr Geld. Du willst nix. Ihr wollt eine Dusche. Kriegst du. Du möchtest einen schönen Computer. Den können wir uns nicht leisten. Ah, das freut mich. Endlich hab ich die Scheiß-Quest überlebt. Ach, so, jetzt müssen die sich nur noch aufladen und die so, ja, ne? Ne, das ist schön, wenn ihr euch ein bisschen so heilt. Es wäre nur schön, wenn ihr ein bisschen Liebe findet, weil wir brauchen Kinder. Kinder! Macht Kinder! Macht Liebe, macht's Hopp! Macht's dreckig! Gibt euch gegenseitig Tiernamen. Wie? Oh, du kleiner Schmetterling. Oh, du kleines Fetthähschchen. Oh, du kleine Schmitzmaus. Aber macht doch eh nix, nirgendwas. Hier, kommt, macht was. Oh, die wollen ein Bücherregal. Das sollt ihr natürlich bekommen. Sehr schön. Du möchtest einen schönen Computer, den können wir uns nicht leisten. Du möchtest einen neuen Schreibtisch. Den können wir uns nicht leisten, weil ich schon wieder alles ausgegeben hab. Du möchtest einen Liebes... Ah, ein Love Ballon. Also, ja. Ah, stimmt. Mit dem Liebesballon kann man also Partner anziehen. Sorry, wusste ich nicht. Wir haben kein Geld dafür. Geh doch einfach mal zur Tafel. Oh nein, du bist voll böse. Man kann froh sein, dass es dich anziehen kann. Aber trotzdem bin ich herzlos. Ich bin so ein herzloser Vermieter. Gott. Ich wäre so richtig gut als Vermieter. Mein Gott. Ich sollte wirklich überlegen, vermieter zu werden, beziehungsweise in einer eigenen Wohngruppe zu Gründen. Zu Gründen, aber dafür brauche ich ein paar Immobilien. Theoretisch, Immobilien würden ja bei mir zur Verfügung stehen. Okay, es ist kein Schwein da, das kämpfen könnte. Puh. Möchtest ein Bücherregal? Du möchtest ein Halsband? Ein Julien besetztes Halsband. Und wo soll ich das jetzt herkriegen? Aus dem Arsch ziehen? Die... Erotik-Cakes. Ah, hier. Wir werden es nicht leisten. Das ist so teuer. Macht Liebe. Los. Oh. 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 Danke. Du bist also so befriedigt, dass jetzt die nächste Gruppe an Monstern kommt. Das finde ich ja nett. Hm. Guck mal doch einmal ans. Bist, Jerry. Oh, die sind beide befriedigt. Du und ich. Und da sind die nächsten hier nämlich. Die Floree. Das sind... Sehr... Super-Range-Defekt. Also... Sehr fernen Kampf. Eine super fernen Kampf. Eine super Entfernung des... Tanzangriffe. Die bevorzugen sich selber als Blumengeister oder Pflanzengeister zu beschreiben. Aber die schauen mir aus wie Gras. Wir ziehen nur in Räume mit sehr wertvoller Einrichtung ein. Das ist wunderschön. Hier kam noch nichts raus und ihr hasst mich. Danke. Wieso hasst ihr mich? Liebt mich! Egal. So. Nächste Quest. Weil wir haben ja schon lange keine Quests mehr gemacht. Das wird mal wieder Zeit. Eine hier sowieso voran. Hier müssen wir ein bisschen kämpfen. Eine Müschtige Angilde. Pfeift ins Geschehen ein. Los! Okay, das hab ich jetzt nicht verstanden, warum du kapiert bist. Aber... Hab ich nicht aufgepasst! Das tut mir leid. Und zieh du doch ein! Obwohl ich die Skelette auch gern mag. Machen sie mal die Elementare. Nein, die weg! Die Elementare bleiben! Oh, dann kommst du noch rein! Hallo, kleines Kaspelchen! Das freut mich! Ha! Ah, krass! Einen Schreibtisch willst du? Du kriegst dir jetzt auch einen schönen Rücken. Und... Live-Tisor. Ach so... Du Spielpacker! Man zahlt mehr Kohle! Du möchtest also eine Dusche! Da hast du! Du möchtest also eine Dusche! Da hast du! Aha! Aha, die wollen also das... Oh! Oh! Oh, la la! Das ist schön! So, dann versuchen wir mal die nächste Quest zu machen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ich glaub zwar nicht dran, dass wir das überleben, aber warum nicht? Eine Gang schaltet ins Geschehen ein und kein Schwein ist großartig da, das ist ja nicht schön. So, erste Welle ist überstanden. Dann schauen wir mal, ob wir auf die zweite oder die dritte überleben. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Aber es kann ja passieren, dass man hier so ein bisschen überlebt. In Berlin wird schön. Oh ja, die Pflanzenteile, die hauen noch nicht rein. Sehr schön, die zweite Welle ist auch überstanden. Und dann hoffen wir, dass die dritte jedenfalls zugeleben geht. Das wäre jedenfalls eine schöne Sache. Oh Gott, jetzt kommt der Boss. Was? Ach du Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Und kein Schwein ist total. Das ist so nett. Das ist so geil. Scheiße. Oh mein Gott. Yay. Wir haben es überlebt. Und wir können jetzt expandieren. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch direkt mal. EXPAND! Klack, 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 klack. Ach, wie schön diese Animationen doch sind. Oh, also ein kleiner Headler hier oben. Oh, 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 oh. Wir sind aufgestiegen ohne Fresse! Und was war das jetzt für ein Schwachsinn? Danke, dass du da warst und auf einmal die Lust verloren hast, dich zu töten. Freut mich! Dafür sind zwei meiner tollen Teile gestorben. Das ist wunderschön. Oh mein Gott! Ein Nied! Lege ich ne Schnecke in nem Haus? Oh, er hat sich ein. Nein, du kommst nicht rein, oh scheiß Ente. Ich will auch reinziehen. Ich hab jetzt noch ne zweite Etage, aber... Das ist glaube ich, dass ich einen Besuch günstiger mache. Oh, das ist der Pianus und Rot in 4. Nein! 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 Naja, ich könnte ja mal anfangen schon ein bisschen hier auszubauen. Oh, ich hab kein Geld! Das ist ja schön! Will ich dich hier drinnen haben? Will ich dich hier drinnen haben? Nee! Nee! Ja, du darfst rein! Du darfst auch rein! Aber ihr mögt doch die Elementaren nicht, deswegen kannst du nicht reinkommen. Das tut mir voll sorry! Oder nicht! Zwei Miete! Was ist das? Oh mein Gott! Die können ja voll die Kanonen erbauen! die Bomben abschießen! Das ist ja wunderschön. Nein, du kommst hier nicht rein. Nein, du auch nicht. Trotzdem tue ich hier mal ein bisschen aufrüsten. Ich habe hier einen Ventilator rein, voll fettkrabelt, Taschen rechnen und Kisten, Kisten. Ach ja, dann zieh doch rein bei einem. Nein, du nicht. So, da sind die hier wieder voll böse auf mich, weil ich euch einziehen lassen habe. Wieso merkt ihr mich nicht? Mann, ziehst du eben noch einen. So, voll hier, Mann. Ach ja, warte mal. Mieteteil. Ah, schön. So, seid ihr alle glücklich? Nein, okay. So, und was fragen wir mal? So eine neue Quest? Mach nur mal. Schuh, Warnung, Warnung, Warnung! Ja, Warnung, nicht am Arsch! Schnell, die Schissschläserkanonen weg hier! Plumm! Ach, sehr schön. So kann es doch weitergehen, die Scheiße hier! Findet Liebe! Heiratet! Macht Kinder! Macht irgendwas! Oh nein! So, der Naga ist schon vor, und ich bin jetzt hier mal lieber weg. Und dann machen wir jetzt hier mal so ein Mage Battle! Extrem! Oh ja, hier so bis zum Tod! Und es waren gestorben, die Kinder! So, dann machen wir mal die Preise runter! Oh ja! Nee, der kriegt noch nicht schnell! Oh ja! Scheiße. Die Schnecke ist gestorben. Schnell, mach ne Rakete. Oh mein Gott, das ist voll episch und voll der Nervenkitzel. Oh, nicht abgetötert! Die Schnecke sind immer scheiße. Nein, du kommst ja nicht rein. Ja, du kommst ja wieder rein. So, dann kann ich jetzt mal schon fallen hier eure... ...bisch mir alle schön und schnicker machen. Du möchtest hier ein glückliches Bäumchen, kriegst du ein Ventilarische und das hier und ein Fernseher. Und du möchtest auch ein Happy Tree. Kriegst du unten Ventilante und das und das und ein Pop-Beer-Box und das und gib mir jetzt all dein Geld. Und du möchtest was? Happy Wallpaper! Hier hast du voll die glückliche OnePub-Tapete! Voll enthusiastisch. Oh, weißt du was? Das nervt mich hier. Hier ist ein Liebes... Oh, zu teuer. Oh, und du möchtest? Und du möchtest... Und du möchtest... Und du möchtest... Kinder zu haben. Oh yeah, die Dämonen. Ach, die treiben es ja immer ganz schön wild. So, du möchtest hier eine neue Tapete, die kriegst du natürlich. Und da nehme ich gleich mal ein bisschen viel Gelb. Du kriegst natürlich einen Zeitschriften-Ständer. Euch geht's gut? Sehr schön. Du möchtest ein Bücherregal. Hier, bitte. So, und sonst geht's hier auch rein. Sehr schön. Oh, dann würde ich mal sagen, uh, machen wir mal die nächste Quest. Raa, 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 raa. Ein Weg! Ein Weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Yay! Scheißdrecks sind nicht stark, die Teile. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Warum tue ich mir sowas an? Warum mache ich solche Scheiße? Ich bin weg! Ich bin weg! Puh! Das war wieder sehr knapp. Zu knapp. Ich habe keine starken Nahkampfer. Das ist mein Problem. Die sind einfach zu schwach, alle. Ah! So, du möchtest einen Blumengarten? Ein Gemüsebeet? Oh, da kann ich schon gut. Hier hast du ein Ario. Die möchte eine Dusche, die ich mir nicht leisten kann. Du möchtest einen PC, den ich mir nicht leisten kann. Du auch. Und du möchtest auch einen Gemüsegarten, den ich mir nicht leisten kann. Ach, die kleinen Wünsche des Alltages. Ah, wie schön. potbuzierend! Ich kann nicht. Alles gut. Gut. Stimmt! So wie Heideklau... Meeeeee! Ach, das ist schön! So, jetzt kriegt er hier eine Dusche ab. Ohne Zeitschriften ständig! Und du willst einen PC! Bitte! Und du willst auch einen PC! Bitteschön! Oh, du möchtest immer noch das Salzbaden! Du kriegst das nicht! Die sieht's auch gut aus! Die mögen uns nicht! Danke! Die Untoten mögen uns! Das finde ich schön! Ach ja! Meine kleinen, unheiligen Monsterchen! Meine Mietsklaven! Vor allem habe ich so ziemlich viel Glück, dass so viele bis jetzt die Leute die Miete zahlen können! Oh, ja! Oh, Liebe! Oh, so schön, ey! Oh, toll! Gib mir das Herz auf! Nächste Quest! Okay, die wird ein bisschen schwerer jetzt alles. Rant of the Dead! Rant of the Dead! Der Mauer des Mörder! Dann gibt's hier ein neues Monster! Tee, tee, tee! Oh nein, der kann so seine Miete nicht zahlen! Den muss ich dann gleich woher rausfallen. Oh nein! Tocăt! Tocăt, toocăt! Das ist nicht nett, dass du deine Miete nicht zahlen kannst. das ging doch gut hier ab hier die scheiß verdammt nun mal ja du kriegst also noch eine runde geht los und einen geht hier voll weiter der konnte schon zwei monaten nicht aber so billiger vielleicht kannst du dann mal leisten so dafür ehrlich gesagt ihr was alleine das passiert mit mietnummern tut mir voll leid dass du gestorben bist in der schlacht ein zombie rein mit dir eigentlich könnte ich den rausschmeißen brauche ja dann nicht mehr aber eigentlich die nicht egal Ah ja, hier. Zahl Rente. Zahl Rente! Zahl Miete! Hier kriegst du den Fernseher. Zahl mehr Miete. Die mischten jetzt hier diese schönen Pödel. So, die möchten immer noch das Bücherregal, das muss holen. Der möchte auch das für uns holen. Der möchte nicht durch das Büchergarten bauen und schön neue Tapete und mal grundlanieren. Ich würde sagen, jetzt hier... Ja, machst du es jetzt noch erstmal hier wieder wie heute. Deswegen sage ich erstmal Danke fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn du so nichts mal wieder einschaltet. Wenn dann sagt, Quatsch mit den Vermietern und immer fröhlich ruft die Verbraucherzentrale und der Mietverbund. Deswegen haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!